Hallo zusammen, herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Ano 22 05. Ich habe mir gerade mal eben einen kurzen Überblick verschafft über die Routen von der Orbitalstation. Da waren ja einige Sachen dabei, die wir gar nicht mehr benötigen durch das ganze Abreißen der Werkstätten etc. pp. Und ich dachte auch sogar, wir wären dort stehen geblieben beim letzten Mal. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, leider. Da lag nicht viel Zeit zwischen, ich weiß. Aber es ist manchmal ja doch schon ausreichend. Was ich aber zu Beginn einmal machen wollte, das Credit Limit haben wir erreicht. Börse. Lass uns doch mal eben gucken, was uns Lei Scheng noch so bieten kann. Einfluss haben wir auch bei 99, also von daher. Lass jucken. Gib mir mal deinen Anteil. Der Vorgesetzte sagt ja. Ah, Simon, Ibarra, Uzuyev. Lei Scheng will auch noch. 2,6, 2,8. Uh, das wird teuer. 2, äh, 3,6. Mal gucken, wer sich noch traut. Wer hat noch Kohle? Wer hat noch Kohle? Wer hat noch Kohle? Wie unnötig. Haha, haha, schön. Es läuft doch bestimmt noch alles nach Plan, oder? Na klar läuft alles nach Plan. Monopol, warte mal. Was, was, was? Monopol, was? Monopol bei der Landwirtschaft. 75 Prozent, okay. Und was müssen wir tun? Nur die 75 Prozent halten. Okay, cool. Hier fehlen uns entsprechend die allen Physiker aus der Arktis. Verflixt. Verflixt, verflixt, verflixt. Bei der Analyse von Schön, sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich sie sowieso ständig. Ja, ist doch in Ordnung. Also, wir können noch zwei Werkstattbauplätze nehmen. Da werden Algen mit produziert. Das war eigentlich mega praktisch. Zumal ich nachher eigentlich ganz ungern Wasser über eine Transferroute laufen lassen möchte. Was uns eventuell passiert bei Wildwater Bay und der Veridischen Bucht. Weil da so viele Peoples nachher rumlaufen. Und die Produktion erhöht um 15 Prozent. Das finde ich auch gut. Lass uns doch mal eben gucken. Kurz eben. Atmen Sie tief durch. Ja, ja. Mach ich. Geh weg. Korallen und Mondnahrung. Ja, okay. Das wollten wir ja eigentlich auch mal alles irgendwie ordentlich machen, oder? Hab ich mich da... Hab ich mich da ganz verguckt. Gut. So. So mal raus. So. Also. Wir haben ja noch ein paar von diesen... Straßen hätte ich jetzt fast gesagt. So. 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 Das könnte man doch eigentlich mal eben hier versuchen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen diese Stauplattform hier weg. Das olle Aggregat hier. Und dann gucken wir mal eben. Ja, ich will dich sehen. Hitzelrekt Forschung bietet neue Optionen. Jo. Sehr schön. Wie viel brauchen wir denn? Fünf, ne? Fünf. Weitere Forschung nun möglich. Und da vielleicht. Dann hier. Ne? Und dann machen wir da noch einen. Hm. Den hier schieben wir mal eben da hin. Ja, ja. Vorsicht. Möglichkeit für technologischen Fortschritt. Erkannt. Warte, dann machen wir das anders. Vorsicht. Ein Vakuum ist kein kühleses Forsch... So. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Bauen von beliebiger Art. Okay. So. Dann nehmen wir die mal eben weg. Oh. Hallo. Moin. Der hier kann auch mal irgendwo in der anderen Ecke, finde ich. Vorsicht. Weitere Forschung nun möglich. Angemessen. Ein Anteil von Uso-IF. Aha. Okay. Mal gucken, für wie viel die uns den anbieten. Den Ziffering-Rom ist unzureichend. Kann ich helfen? Ja, kannst du. Klappe zu. 3,6 Millionen. 4 Millionen. Der will den natürlich behalten. Kann ich verstehen. Ich guck da mal grad eben mit drauf. Nase juckt. Äh. 4,5 Millionen. 5 Millionen. Hm. Witzeverringerung ist unzureichend. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Was für eine Erleichterung, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. 6 Millionen ist echt ein Knaller. Also, das ist eine... So. Wie sieht das hier aus? Gewächshaus. Gewächshaus? Die Witzeverringerung ist unzureichend. Ja, okay. Das ist sehr hoch also. Habe ich verstanden. Was macht denn hier Sinn? So. Dann lass uns mal eben gucken. Wir haben hier ein Kühlmodul. Das ist eine Aufbereitungsanlage. Die brauchen wir hier gar nicht. Kann das sein? Ich hoffe, Sie finden es hier nicht. Oh. Die gehört noch zu dem Onkel da. Vorsicht. Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Ja, er hat ein bisschen. Er hat wenigstens ein bisschen. Das reicht mir schon. So. Gewächshaus, Gewächshaus, Gewächshaus. Braucht hier irgendjemand noch Gewächshaus? Zuschauer erlaubt. Du nicht? Okay. Zuschauer erlaubt, hast du es gesagt? Ja, wunderbar. Also, wie kann ich hier hilflich sein? Gewächshaus, Gewächshaus, Gewächshaus. Mhm, mhm, mhm. Solarzelle ist bei dem schon voll. Oh, willkommen. Also, das ist eine nette Überraschung. Was, äh, was möchten Sie von mir? Äh, da-da-da-da-da-da-da. Okay. Oh. Eine Solarzelle da hin und die andere da hin. Nehmen wir uns mal eben auch das Kühlsystem und schieben das mal auch woanders hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Hier hin vielleicht. Da ziehen wir noch eine Verbindung zwischen. So, dann ist der da mit dem Kühlsystem auch dran. So, Solarzelle genug. Ein Solarzelle-Gewächshaus genug. Ja, hallo. Schwerkraftlabor. Schwerkraftlabor. Ah, okay. Dann kriegst du keine Solarzelle mehr. Äh... Da noch eins hin? Die wollen mich sehen? Das hab ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Du willst meinen Anteil, du Sausack? Ähm... Nein. So. Eben kurz mit dem Kartelle-Einfluss das Ganze abgebrochen. Also, wie kann ich behilflich sein? Okay, da fehlt etwas Schwerkraftlabor. Kann ich ja verstehen. Wie wär's, wenn du noch weggehst? Hm... Vielleicht irgendwo mal eben... Irgendwohin. Du brauchst auch Schwerkraftlabor, aber du hast auch... Das hier ist quasi übrig. So. Der ist voll. Der auch. Der auch. Ja, ja. Der auch. Nur Gewächshaus fehlt dem ein bisschen. So. Das heißt, man könnte da ja so noch eins dran bauen. Sie wollen mich sehen? Dann sind die komplett voll, aber heiß. Also, das ist eine... Ähm... Okay. Tuch. Ähm... So. Jetzt ist der nur... In Anführungsstrichen... Also, das ist eine... Nette Überraschung. Ach. Mann, die quasselt immer dazwischen, Mann. Will die einmal anklicken, ohne dass sie was sagen. Das wär toll. Ähm... Da kann man noch eins hinsetzen. Aber das hilft auch nicht so viel. Das hilft auch nicht so viel. Schade. Ähm... Hm. Hm. Hm, hm, hm. Äh, ja. Möchtest du etwas? Hier das Schwerkraftlabor geklaut? Schade. Hm. Hitzeverringerung ist unzureichend. Sie wollen mich sehen? Schade. Schade, schade, schade. Das klappt so nicht. Das klappt gar nicht so, wie ich mir das gedacht hab. Freunde. Hm. Okay, die erzeugen 75 Expertise. Die beiden allerdings null. Ja, ich weiß. Äh, ja. Null. Okay. Okay. Ähm. Ihr habt wahrscheinlich im Kopf schon den richtigen Plan zurechtgelegt. Ich versuch das alles mal komplett ohne. Allein mit der eigenen Vorstellungskraft. Ähm. Scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Witzeverringerung ist unzureichend. Okay. Dann sind die auf jeden Fall böse. Hm. Wo könnte man denn noch was dransetzen, damit die nicht so knatschig werden, dass ich denen da was geklaut habe? Hm. Hm, 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 hm. Hm. Klar und deutlich verstanden. Das läuft so. Hm, 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 hm. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht dann. Das ist mal gute Gesellschaft. Das ist mal gute Gesellschaft. Das ist vollkommen okay für mich. Das läuft so. Das bringt gar nichts, die miteinander zu verbinden, ne? Das bringt überhaupt nichts. Wie kriegt man die beiden in der Mitte gekühlt? Wie? Ohne, dass ich jetzt auf den Ecken hier baue? Ich müsste es wahrscheinlich komplett nochmal runterziehen, kann das sein? Oh, Lei Cheng hat ihren Anteil behalten. Für 5 Millionen, okay. Jetzt haben wir den schon ein bisschen... ...ein bisschen zufriedener gemacht. Ne, das bringt nichts, okay. Das Gewächshaus, das Gewächshaus, das Gewächshaus. Ja, der ist optimal, aber das Schwerkraftlabor hier haben wir ihm ein Stück zu weit weggebaut. Ach so, sieht man dann, bis wie weit er reicht. Dahin, dahin, dahin. Der kriegt's nicht mehr ab und der hier auch nicht mehr. Du reichst bis dahin, okay. Okay. Ist natürlich sehr interessant. Eventuell so. Witzeverringerung ist unzureichend. Witzeverringerung ist unzureichend. Schade. Also, wie kann ich behilflich sein? 30, ja. Sie wollen mich... Klasse. 100, ja. So lasse ich die erst mal stehen. Und dann müssen wir uns ja mal um die Forscher kümmern bald, ne? Um die Arktik. Astronauten. Mal eben gucken, was die denn jetzt noch so brauchen. Das ist okay. Da fehlt es ein wenig. Koralle. So. Dann hast du Koralle. Und die habe ich überarbeitet. Gerade noch, ja. Das ist okay. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Haben wir denn noch irgendwo eine Chance, die Astronauten her zu bekommen? Schön, Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Ist ja nicht schlimm. Verbesserter Handelspreise ist Quatsch, Bonusprogramm, verbraucht mehr in der Arktis und Tundra und auf dem Mond. Dafür hat man mehr Arbeitskraft, okay. Seimann-Unterwanderung, ich aktiviere es einfach mal, erhöhte Belohnung für Aufträge, Notfallsystem, Unterstützungsflotte, ruft John Rafferty. Das ist auch nicht zwingend erforderlich, wir haben jetzt Seimann ja eh schon in der Börse. Darum habe ich mir den jetzt nochmal dazu geholt, falls da nochmal was ist. So, tja. Tja, 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 so sieht es aus im Moment. Wir haben keinen Werkstattbauplatz mehr frei, wir haben das jetzt mal so. Ich wüsste da schon was. Huch. Ein Anteil von ihr, der noch gar nicht vergeben ist. Och, da lass uns doch mal eben gucken. Da lass uns doch mal eben gucken, was der so kosten kann. Da hätte ich ja Spaß dran. Eine Million, joa. Ich lade mal eben die Mondkarte noch nebendran. 3,3 Millionen, das ist aber auch ein Schnapper, ne? Das ist gar nicht so teuer. Soll ich mal zeigen, was ich davon halte, Freunde? 3,6 Millionen. Na? Jemand Kohle? Ich wünschte, wir könnten ihm helfen. Aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. 5,5. Ja, pass auf. Du darfst den haben. Ist ja dein eigener. Okay, das betrifft uns nicht mehr. Ja. Und jetzt pass mal auf. Der beste Plan kann mal da reden gehen. Du hast nur noch 900.000. Du hast 3,6 Millionen. Du hast 7 Millionen. Du kannst mal auf den Sack gehen. Und zwar richtig. wirst du wahrscheinlich auch tun. Aber ich frag mal bei Lei Cheng an. Der Vorstand gibt seine Zustimmung. Ja, mehr kannst du schon gar nicht mehr bieten. Uzujev, moin. War klar, du könntest mir über 7 Millionen auf den Sack gehen. Mal bringt man, mal verliert man. Du gehst mir sogar auf den Sack. Meine Vorgesetzte sagt ja. Ich dachte, du kannst gar nicht mehr so viel. Wo nimmst du denn die Berechtigung her? Mal sehen, ob du damit fertig wirst. Äh, geh weg. Ich muss hier gucken. 2,8 Millionen. Das ist nicht teuer. 3,3. Immer noch nicht viel. So, so. Uzujev. 3,6. Erzähl mal. Magst du 4 Millionen? Na? Geben sie niemanden. Morgen ist ein neuer Tag. 6 Millionen, du Sau. 7 Millionen. Ich will nicht sagen, mein letztes Angebot, aber wenn du da noch was in der Hand hast, das sprengt auch dein Konto hoch. Ich hätte nicht geschehen dürfen. Ich möchte sie ja nicht häzen, aber... Was hast du denn überhaupt, Mädchen? Irgendwo ist die Produktion mal zusammengebrochen. Der Timer ist wieder neu angefangen. Schade. Verdammt. Verdammt, verdammt. Das ist das Sektorenprojekt auf dieser Mondkarte. Das haben wir ja auch schon angefangen mit den Flüchtlingen. Vergil Drake mag uns einen Schritt näher gekommen sein. Aber sie ist mit ihm mehr als einen Schritt voraus. Na klar. Nur mal bitte, Watch. Zieht die Schlinge um uns zu. Erzähl mal. Laden Sie Stimulanzieren. Okay. Easy. Komm her. Fahr da mal eben hin. Äh... Sagen Sie die Wahrheit. Wie schlimm ist es da draus? Eine Hand wäscht die andere. Das kaufen wir mal eben. Stimulanzieren möchtest du haben. Habe ich, glaube ich, nirgendwo übrig, ne? Na, nicht wirklich. Nicht wirklich, nicht wirklich. Nimm wir die von hier und tun die da mal eben hin. Die Waren wurden losgeschickt. Wir sagen Ihnen Bescheid, wann Sie eintreffen. Transferroute registriert. So, kurz mal eben vorspulen. Zack. 90 Stimulanzieren. Sind in unserem Raumfahrzeug. Das heißt, diese Route können wir wieder abbrechen. So. Und hier kannst du die Stimulanzieren hinbringen. Wie weit sind wir denn hier überhaupt? Konkurrenz schöpft 20% ihrer Credits ab. Wow. Nicht geil, aber ist jetzt auch nicht so riesig dramatisch, finde ich. Schnief. Schnief, schnief. So. Draußen übrigens mega geil. Das Wetter ist noch voll warm. So 22. Wir werden sehen, wie du dich schlägst, wenn ich das Schlachtfeld wechsle. Yeah. Die Kirche ist unter Kontrolle. Fertig. Das Sektorenprojekt ist fertig. 800 Arbeitskraft on top. Geil. Das ist doch mal geil. Volle Kraft voraus. Meine Vorgesetzte möchte Ihnen... Die Situation benötigt aufmerksam. Beladen Sie Deuterium. Das ist nicht schwer. Sieht doch an einer großen Sache aus. Angestelltentransporter finden. Sie sind schon jemand. Ja, ich bin schon jemand. Da ist er. Zack. So ist das Leben halt. Fertig. Äh. Also das Sektorenprojekt haben wir auch fertig. Mega geil. Äh. Euch fehlt hier irgendwo... Aber nicht zufällig in beiden, oder? Nee. Häuser haben wir nur da drüben. Pass auf. Dann baue ich euch... ...so ein Ding hier, damit ich euch nicht mehr jammern hören muss. Minus 6. Minus 6. Geringe Projektauslastung. Minus 3. Äh. Minus 4. Äh. So. 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 Stellen wir euch das da nämlich noch eben hin. Dann seid ihr nicht am rumjammern. 8.000 Unterhalt. Alter Schwede, ey. Mega krass. Mega krass. Äh. Was fehlt euch denn hier? Fehlt euch irgendwas? Oh, ihr habt ne Menge. Habt da auch ne Menge. Ihr seid ja richtig happy. Cool. So. Hä? Jetzt fehlt denen Reparatur. Ernsthaft. Weil ich die Straßen da gebaut hab? Oder warum? Neun. Neun. Ja komm, dann stellen wir die hier zusammen. Dann bist du da auch glücklich. Ne? So schnell geht's. Also. Alles fertig. Alles fertig. Jetzt. haben wir da den Hackerangriff. Das ist okay. Aber wir könnten beim Mare Relictum. Ist doch dann das letzte Sektorenprojekt, oder? Kleiner Fortschritt. Da. Hier unten die Sektorenprojekte. Uns fehlt nämlich nur noch das Mare Relictum. Und dann hätten wir das sogar. Sollen wir vorher noch? Ne. Ich hab überlegt, ob wir jetzt noch eben ein paar befördern in der Viridischen Bucht, dass die aufsteigen. Aber ich lass es erstmal so. Wir starten das letzte Sektorenprojekt, liebe Freunde. Beeindruckender Krater. Ja. Mega toll. Ist ein Knaller, wenn mal. Ist ein Knaller. Du möchtest, äh, diese... Ich weiß, wie es hier aussieht. Aber das ist heiße Ware. Seien Sie vorsichtig. Okay. Fusionsenergiezellen. Ähm. Hm? Von hier nach dort. Transferroute registriert. Entschuldigung. So. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Sehr unterwegs. Mega krass. Hier gibt es nur einen einzigen Krater. Das ist geil. Das ist echt geil. 100.000. Schocken, dass sie schon jetzt Platz für mehr Kolonisten schaffen. Ja. Und das Ding hier sollen wir... Kraterhotel. Kraterhotel sollen wir renovieren. Was macht man aus dieser alten Ruine? Ich hab eine Idee. Aber denk dran. Keine Geld-zurück-Garantie. Und du wirst viel reinstecken müssen, damit was rausspringt. Okay. Du hast sicher von der ersten Welle im Jahr 2102 gehört. Dutzende Firmen sind ins All vorgestoßen, um sich ein Stück vom Mond zu sichern. Klingt bekannt, oder? Einige dieser lunaren Unternehmer hatten eine Vision. Eine große Freizeitanlage für die reichsten der Superreichen. Eine Weltfinanzkrise später und wir haben eine hässliche Bauruine mitten im Grau. Oder doch den Bauplatz für einen angesagten Hotelkomplex. Sag du es mir. Ich bin nur der Vermittler. Die Gewinne gehören dir, wenn du mich meinen Kram machen lässt. Wie klingt das? Schon eine geile Location, finde ich. Also ich würde da wohnen wollen. Bauernweiterung genehmigt. Diamanten, 20 Stück. Das ist ja einfach. Komm mal her. Diamanten von hier nach dort. Transferroute nimmt Betrieb auf. So. Tada. Und du bist fertig. Ich kann sogar Energie hier hinschicken. Juhu. Guck mal, das machen wir mit Hausmitteln. Diamant, Diamant, Diamant. So. Gib her. Erstmal Diamanten zum alten Hotel, wa? Ja, das ist genau der richtige Stil. Schön. Das gefällt mir. Deine Lösung ist im Netz gerade sehr populär. Ich habe da was im Netz gefunden, das dich interessieren dürfte. Besitzen Sie Arbeitskraft im Amare Relictum. Okay. Na, das wird ja ein Spaß. 500. Mal eben hier die Kisten einsammeln. So. Fertig. Okay. Ähm. Ja. Ja, ja, ja. So. So. Kurz mal eben gegrübelt, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ähm. Das Sektoren-Projekt versuchen wir in der nächsten halben Stunde komplett, also in der nächsten Folge komplett durchzubringen. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Das wäre ein... Das wäre eine geile Aktion. Also, wir haben ja noch den Hackerangriff laufen. Wir müssen auch gucken, dass wir die Monopolstellung für Landwirtschaft halten. Aber da hätte ich Bock drauf. In der nächsten Folge machen wir direkt einmal hier im Projekt weiter. Wir haben ja schon einen Schritt gemacht. Ja, gut. Also, ne? Wir haben ja schon angefangen. In der nächsten Folge versuchen wir das komplett einmal durchzubringen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.